Du kannst in offene Arme laufen oder hinter undurchdringlichem Schildenschutz suchen. Du kannst Rückhalt suchen oder ihn bei uns finden. Wo Besonnenheit fehlt, entstehen Mauern. Doch wenn wir Zusammenhalt beweisen, zerfällt auf der größte Ball unter uns die Dauer. Wir sind Geschützer. Wir sind die Beständigkeit. Den Schwachen geben wir unsere Stärke und den Verlorenen unsere Hoffnung. Denn unseren Kern vermag niemand zu brechen. Wir stehen weiter und weiter. Wir wurden Schilder, Freunde. Wir sind die Stärke und 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 die Untertitelung des ZDF, 2020